Also hier im weiteren Verlauf ist es so ein schmaler Pfad und es geht unterhalb an den Felsen vorbei. Sofern man den Traktor nicht hört, ist es hier wirklich sehr ruhig. Hier sind halt natürlich auf dem Land viele Bauern, die ständig arbeiten. Also gefällt mir hier schon mal sehr gut. Ihr könnt gerne die Schmerzer für auf dem Land viele Bauern, die in Hefelskirche zu lassen. Sofern du das jetzt tun kann. Sofern wir auf dem Land viele Bauern, es geht unterhalb des Körpers. Sofern wir hier hin zu gleich ins Spiel, mit dem Land ist der Teich unterhalb des Körpers. Sofern wir noch zu geben. Vielen Dank.